Hallo, heute wieder Goethe B1. Sprechen, über ein Thema diskutieren. Los geht's! Heute geht es um das Thema soziale Medien. Wir müssen Pro und Contra nennen und dann eine eigene Meinung geben. Gut, und ich möchte heute sehr gerne zwei Versionen zu diesem Thema soziale Medien anbieten. Einmal eine einfache Version und einmal eine komplexe Version, damit du verschiedene Variationen sehen kannst. Und ich möchte auch die Struktur sehr klar und einfach halten mit diesen Sätzen hier. Einleitend kann man sagen, das ist der Anfang. Und dann sagst du Pro und Contra mit einerseits, andererseits. Weiter geht es dann mit in meinem Heimatland ist die Situation so und so. Und dann kommt schon der Schluss. Dann sagst du, abschließend kann man sagen, dass etwas so ist. Und meiner Meinung nach ist dann der Satz, damit du deine Meinung ausdrücken kannst. Los geht's mit der ersten Version. Soziale Netzwerke und soziale Medien. Einleitend kann man sagen, dass soziale Netzwerke einen großen Einfluss auf das tägliche Leben haben. Du kannst natürlich auch sagen, soziale Medien, das ist selbstverständlich überhaupt kein Problem. Einen großen Einfluss auf unser Leben haben, sagen wir auf Deutsch. Und dann geht es gleich weiter. Einerseits ermöglichen sie eine schnelle Kommunikation und den Austausch von Informationen weltweit. Das ist einmal das Pro. Das sind einmal die positiven Aspekte. Jetzt geht es weiter mit andererseits. Andererseits können sie auch zu Abhängigkeit, Verletzungen der Privatsphäre und sozialer Isolation führen. Zu etwas führen ist hier die Konstruktion auf Deutsch. Ja, jetzt haben wir Pro und Contra mal genannt. Weiter geht es zu dem Punkt in meinem Heimatland. In meinem Heimatland ist es so, dass jeder soziale Medien benutzt. Hier mit dem Satz, dass. Sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben. Also in beiden Bereichen hier ist es ein grundlegendes Werkzeug geworden. Ein anderes Adjektiv ist zum Beispiel ein wichtiges Werkzeug. Hier ist einfach nur wichtig, dass du die Deklination richtig hast. Also ein wichtiges Werkzeug geworden. Aber leider sind die Leute für zu lange Zeit am Handy und die sozialen Medien erzeugen psychischen Stress. Stress erzeugen ist hier diese feste Phrase, die wir benutzen. Und jetzt können wir schon den Schluss sagen. Abschließend kann man sagen, dass soziale Netzwerke verschiedene Facetten haben. Und dann noch deine Meinung dazu. Meiner Meinung nach ist es wichtig, beim Benutzen dieser Plattformen eine Balance zu finden. Hier eine Balance finden. Wieder die Konstruktion dazu, die du bei sehr vielen Themen benutzen kannst. Man sollte die Vorteile nutzen, aber gleichzeitig hier mit aber sehr gut, aber gleichzeitig nicht die psychische Belastung und den persönlichen Datenschutz vernachlässigen. Also etwas vernachlässigen. Man darf das nicht außer Acht lassen, sagen wir auch. Und jetzt geht es weiter zu der nächsten Version, die ein bisschen komplexer ist. Los geht's. Einleitend kann man sagen, dass soziale Netzwerke eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren, bewirkt haben. Also eine sehr tiefgreifende Veränderung bewirkt haben, ist hier diese Phrase. Du siehst, es ist schon um einiges komplexer. Einerseits ermöglichen sie den einfachen Austausch von Informationen und die Verbindung mit Menschen weltweit. Das ist einmal die gute Seite. Andererseits können sie auch zu etwas führen, hier die gleiche Konstruktion, können sie auch zu Suchtverhalten, Cybermobbing und zu einer, kann man hier nochmal dazu sagen, zu einer unrealistischen Darstellung des Lebens führen. Also wenn man jetzt als Beispiel Instagram oder andere Plattformen nimmt, wo man sehr viele schöne, wunderschöne Fotos sieht und das kann womöglich zu einer unrealistischen Darstellung des Lebens führen. Und jetzt der Punkt Heimatland. In meinem Heimatland sind soziale Medien, so wie überall auf der Welt, das ist auch eine Phrase, die man hier hineingeben kann, so wie überall auf der Welt, total verbreitet. Also jeder benutzt sie quasi. Sowohl in der Arbeit als auch im Privatleben ist es ein unverzichtbares Werkzeug geworden. Also unverzichtbar heißt, man kann nicht mehr ohne dieses Werkzeug arbeiten. Jeder braucht es, jeder will es haben und jeder benutzt es auch. Aber unglücklicherweise, das ist auch ein anderes Wort für leider, aber unglücklicherweise erzeugt es auch die bereits genannten negativen Auswirkungen. Also die bereits genannten, was wir oben schon gesagt haben. Die Leute verschwenden viel Zeit und sind gestresst. Also diese zwei Punkte sind einmal hier noch dazu. Abschließend ist jetzt der Schluss wieder. Abschließend kann man sagen, dass soziale Netzwerke oder soziale Medien, selbstverständlich auch hier korrekt, vielfältige Auswirkungen haben. Vielfältig heißt einfach verschiedene, viele verschiedene Effekte haben, viele verschiedene Auswirkungen haben. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Nutzer die Vorteile der sozialen Medien nutzen und gleichzeitig kritisch bleiben. Und zwar wie? Indem sie sich bewusst machen, wie sie diese Plattformen verwenden und sich vor den potenziellen negativen Auswirkungen schützen. Ich möchte mich vor etwas schützen, vor diesen negativen Auswirkungen. Und das war für heute das Thema soziale Netzwerke mit zwei Versionen. Einmal einfach und einmal komplex. Ich hoffe, das war interessant und es war auch nützlich für euch, sich für die B1-Prüfung gut vorzubereiten. Wunderbar. Wir sehen uns im nächsten Video mit dem nächsten Thema. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Video mit dem nächsten Video.